Für die Länderspiele direkt nach der Weltmeisterschaft haben wir ja auch versucht, so viele wie möglich von dem WM-Team zusammenzuholen. Das ist ganz klar. Aber es ist auch klar, dass die Tür auch im Torhüterbereich nicht zu ist. Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, uns da Gedanken zu machen oder auch zu verfolgen, die Bundesligaspiele in der Bundesliga. Es gibt interessante Torhüter auch in der Bundesliga, keine Frage. Und was wir versuchen wollen, was wir eigentlich schon länger versucht haben, aber nie so umsetzen konnten, ist eigentlich, dass man vielleicht den einen oder anderen mal dazuholt bei den Lehrgängen, um ihn dann näher kennenzulernen, um zu sehen, wie er sich im Training verhält, um ihn dann auch richtig einschätzen zu können. Das ist das, was wir in den nächsten zwei Jahren auch versuchen werden, um dann uns ein Bild zu machen, mit welchen drei Torhütern wir dann in die Europameisterschaft gehen.